Der da! Ja, was ist? Hör auf die Firma an und sag, dass er heute nicht kommen kann. Ich bin krank. Ja, mach ich. Und was soll ich sagen, was da fehlt? Sag, sag, ich hab die Viren. Was, die Viren? Nein, die Viren nicht. Und jetzt hoch auf den. Firma Brödinger, Apparat Wirmler. Ja, grüß Gott, Frau Wirmler. Hier spricht Frau Ediger. Grüß Gott, Frau Ediger. Was kann ich für Sie tun? Ja, mein Mann lässt Ihnen ausrichten. Er kann heute nicht zur Arbeit kommen. Er ist krank. Das tut mir aber leid. Was hat er denn? Er glaubt, er hat die Viren. Die Viren? Nein, er hat die Viren. Er hat so einen Krant, er ist nicht zum Ausholten. Sagen Sie, Herr Mann, er kann keine Viren haben. Wieso? Weil er auch Viren haben, ihr Stolz. Was hat sie gesagt? Gesund bist. Und zurückge Eine, die Viren haben... Vielen Dank.